Musik Von daher gehen wir durch das Thema von Eichesherrung, Wahrer Befrieden in der Genut Gottes. Von daher sage ich, dass wir zwei Gruppen von Menschen sprechen wollen, dass sie das erlebt haben und dass sie es nicht so ist, dass sie es nicht so ist, dass sie es nicht so ist. Denn das ist ein Thema, wo sehr viele Menschen sich sehr darauf achten. Ich sehe hier von daher mit Geri Funk. Geri Funk ist Frau Befried mit seiner Frau, Erlien, und ich lerne das ein paar Jahre lang. Wir sind durch verschiedene Timer, die wir in diesem Timer erzählt haben, bei uns in der Stadt. Und ich glaube, dass wir ein großer Segen kriegen von dem. Geri, danke schön. Vielen Dank für mich. Vielen Dank für meine Herren. Ich habe ein paar Jahre lang, wenn wir uns antreffen, und wir durch deine Videos. Das war alles am Anfang. Meine Familie und Freunde, die schaut mir ein Video und ich sagte, ich würde mich interessieren. Und dann habe ich ein paar Videos durch und dann fange ich mit uns aus, dass du eine Stunde weg wohnst von uns. Ich dachte, du wirst in Bolivien, in Belize, und du wirst hier in Winnipeg. Und dann dachte ich mir so, in der frühe Nacht, ich sagte, du wirst dich antreffen. Und dann fangen wir, dann kommen wir drauf und haben schöne Barbecues und Malteter und Enchiladas und Pizza drauf. Und Eiscream, weil immer Eiscream sind nicht? Ja, ja. 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 Und so deine Videos habe ich von den meisten vor Jahren alle, die du hast. Alle. Ich kenne nichts, die du hast. Und ich weiß, dass du das meistens zu früh hast. Aber das ist immer was mankt, was wir alle China-weichnehmenden erforderlich sind. Und ich glaube, mein bestes Video, was du gemerkt hast, ist die Geschichte von der Menschen, die sehr viel Goud in dieser Welt, die du hast. Und dann hat jemand gefragt, wirst du auch was Goud in dieser Welt tun? Mhm. Und dann hat sie die Antwort kommen. Sie haben eine einfache Antwort. Und sie sagten, wenn du eine größere Versorgung hast, fang an, dein Bar abzumelken und deine Sachs abzumelken. Und dort, dort hast du mich bloß, so deep im Zandern gebrannt, dass ich eine Arme träge. Und dann weiß ich, von dieser Zeit an, habe ich jedes Mal eins an die Sachs abzumelken. Oh ja. Und wenn ich ganz aufgeregt sehe, dann muss ich sagen, dass meine Sachs liegen nach Hause auf der Flüge. Oh, okay. Und ich weiß es was, beim hier sind wir, dass Gott hier ein Fleck gegeben hat. Mit diesen Videos merken. Mhm. Und das ist ein großer Fleck. Und beim hier sind, fühlt es mich so, dass ich komme, die hänger an auf dem Fleck. Und ich schieke hierher an und ich sage, was ich hier, das ist nicht mein Fleck. Und ich weiß, dass Gott die schämt hat. Und Gott merkt mich auf alle Vösen. Und wenn ich die hänger an und ich habe Krüterprämer, oder was ich möchte, ich will mit Hilfe auf der Flüge. Mhm. Und dann weiß ich, dass ich hier finde. Ich will auf der Flüge arbeiten. Und da ist es mir sehr interessant, dass wir fangen an in uns Haus an. Dass wir im 2017 Oktober fangen an. Und das fängt an. Und ich fange los an, dass Oktober 2017 wird das erste Video, was du melkert hast. Mhm. Und dass wir vier Jahre, wir uns channelen. Ja. Und so, dass wir im Oktober 2017, dann haben wir meinen Cousinen. Da waren viele junge Menschen. Die waren 20, 25 Jahre alt. Und die kommen noch ans. Hij schaute noch ans. Und er sagt, du kannst lernen. Ich kann nicht lernen. Aber ich kann die Menschen. Und dann fehlt Hilfe. Und er hat die Eltern. Und die Geschwistern kommen von der Ukraine raus. Und die werden sehr verdienstlich. Und sie haben alle gegneren, was sie von Gott denken. Und dort fehlt viel Hilfe. Und durch die Woche müssen wir eine junge Mama besiehen. Sie haben keine Ehebeschädung. Sehr schlechte Ehe. Und wir haben sie besiehen wie ein paar Jahre. Und sie haben ganz gut gehalten. Und von der Zeit wieder haben wir mehr Frühjahrsgehopper. Und mehr ein, zwei Monate bis sie besiehen. Die gehen durch eine sehr schwere Zeit. Sehr, sehr schwere Zeit. Und zusammen bleiben wir dann. Wir reden hier meistens der Frühjahrsgeleiberg. Von der ersten, meistens Frühjahrsgeleiberg. Und so, was weiß ich von Frühjahrs? Und was weiß ich von Frühjahrsgeleiberg. Und wie ich Valgen wollte sagen, das habe ich nicht gewusst, Gladys. Aber ich habe ein Buch geschrieben. Oh. Ja, du hast auch ein Buch geschrieben. Ja. Ich habe auch. Ich habe Engels und auf Plattdeutsch. Aha. Und in diesem Buch ist alles geschrieben, was ich ganz vollständig recht verstanden habe von Frühjahrsgeleiberg. Oh, was muss ich sagen? Was schriftet die Berne? Jo. Alles abgeschrieben. Hier ist noch eine Spanne. Hier ist noch eine Spanne. Eine Spanne. Aber es sind noch viele Eure auf Engelsch. Es sind noch viele Eure auf Engelsch. Sie? Hast du ein Buch geschrieben? Jo, das ist mein Buch. Dann habe ich auch alle einen Buch geschrieben. Warum weiß ich? Ja, aber es ist schön, dass ich meine Tessin-Schmitte gesagt habe, dass ich von Schwinn, dass ich den Buch bestelle, gleich, wenn ich gleich sehe, dass ich noch ein paar Birke erwähnt habe. Das habe ich schon von Schwinn. Du hast noch schon einen Buch verkauft. Okay, sie sagt, die Birke sind noch alle erwähnt habe. Aber die sind doch wenig. Sehr billig. Und wenn du ein Buch nicht lest, schaffst du auch die Feinde, die aufzustellen. Das ist eine gute Offenheit. Aus Wien habe ich in Bethanien gelebt. Und ich habe auch immer in einem Gaststub geteilt und vertelt. Und dann wurde ich erinnert, sie hat ein Studium getestellt von Eichschädigung und wurde eigentlich die Bibel von Wara befriert und die genügend Gottes zu machen. Und sie schickt mich dort auf dem Papier und ich lasse dort eben. Und was mir so wundervoll von mir, als ich immer leise es, eine Seite, noch die nächste, aber war, dass wir viel lernen können, um nicht zu lernen, über was mir das Zizia ansiedelt wird, dass ich seine Leib so viel kann. Aber war, wenn ich was, ich habe das Zizia-Leib gott mir. So wirklich, das Zizia-Leib gott mir. und ich habe ihr gesagt, und da wäre sehr viele Menschen auf mir, die mir leide und die mir unterrichtet. Aber dann, weil ich das Zizia-Leib verbreitaue, wenn ich den Pannern schalte einfach, dass ich ein Beinfarbe verschworte. Aber ich habe sie. Du hast sie. Und ich habe sie Kontakt, dass wir sehr herfressen. Wir sind da zu leise, und ich habe sie unsere Leib, die Kinder zu füllen. So als ich dort habe, wenn ich lese und studiert habe, dann würde ich nur sagen, ich wünsche mir, dass meine Freunde das können. Ich habe so viel Wort an meine Frau, wo das steht oder wo das steht. Mein Mann hat mich verloren. Ich bin hier mit den Tängen. Ich habe nicht Geld. Wo ich in meinem Leben stelle, muss ich in meinem Leben bleiben. Wo ist mein Mann nach mir? Ich muss nicht nur sagen, dass mein Mann nach mir zurückkommt. Und ich habe so einen Verlangen, weil ich dein Leben beleid, in der ich Gottes wurde. Ich wünsche mir, dass die anderen das auch können. Ich frage dich, ob du das dann gerne machen willst. Das haben wir hier. Du hast dort ein Plot gemacht. Es gibt viele, die du hast. Und es kommt immer weiter zu sagen, Gott sei dein Leben. Gott sei dein Leben dort an. Wo schaumst du ab? Dort wirst du, wir die dort klar, dort Gott sei dein Leben alle kennen. Oder wird das bloß ein Studium von Gott sein wird und Gott sei dein Leben schaumt damit an? Ich glaube, dass wir beide sind. Unsere Erfahrung kam von unserer Gruppe. Besonders die jungen Männer, die wir mitgekommen hatten, durch diese schwere Zeit. Und auch ein paar andere früheren, durch die seltsame Zeit. Und von dieser Zeit wieder nachher. Und dort war mir doch klar, dass die ersatzliche Anstellung, dort hat sie alle gehört. Und dort habe ich nicht geholfen. Dort habe ich nicht geholfen. So, dort war uns ganz klar, dass diese jungen Menschen, die nochmals kommen, entfällt, alle gehört. Okay. So, dort war mir ganz klar, dass Leib bewiesen, dass wir die Erste denken, was wir müssen lernen. Und so, dadurch, dass alle wieder studieren, dann habe ich, ich glaube, das ging bloß Dijper für mich, warum das so klar wird in der Bibel für mich. Und wie wichtig war mir für Jesus, dass seine Dinge, dort weiter, wo unverläufig sind. Die sind seine unverläufige Dinge. Okay. Und ich weiß, für alle diese Dinge, die nochmals kommen, das junge Menschen, die nochmals ans Haus kommen, jede zweite Woche, die haben sehr viel Probleme mit, Gott ist built. Gott ist built. Auf Engelssagen haben wir image of God. Gott ist built. Dass wir sehr schruts und sehr verdreht, und dass wir sehr krank. Und dort fehlt, dort fehlt sehr, 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 zu heilen. Okay. Und so, ich weiß, dass das einzige Ding, was Gott ist built, am anderen wird, ist das eine Wort Gottes. Du hast wirklich gesagt, Jesus ist China-Leute. Ja. Okay. Und so, das eine Wort Gottes, auf Engelssagen haben wir die Presence of God. Das eine Wort Gottes, das eine Wort Gottes, das eine Wort Gottes ist. Und so, das eine Wort Gottes ist. Das ist ein Ding, was es schafft. Okay. um, 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 das Bild, ganz alles wieder. Ganz alles wieder. Ich dachte, Gott, wie mich sei, anzufrieden. Ich dachte, Gott will mich da. Ich dachte, Gott, die will mich zu sich nicht mehr. Und sie sehen, dort war ich in diesem Podcast sehr klar. Und sie hörte alle noch. Es sind neun Aufschnitte, alle Töpgebungen sind vielleicht zerstört, dass es einen Stot ist, ein Schiff zu hörchen. Aber sie hat alle da gehört und sie sehen, dass ihr Gottes Bild fehlt, ganz am zu erinnern, von ungenüberbogen, dass wir alle erreichen. Und sie sehen, dort wird das Schleder, was dort der hat, dass sie wieder gehen können und nicht verweichern, wenn man mit Schornbedarf oder mit Frieden und so weiter. So hoffentlich das Fäulewenz, Gott sieht ihr Leben, der dort bloß. Von wie ein, wie ein, wie ein, wo es sein wird, der dort nicht anders ist, als wir beleben, dein Leben. Ein, dein Leben, als bloß so eine Däupe zufrieden hat. Das ist richtig. Und wir wollen, weißt du, da zu beleben, da muss wir von Hort leben, weißt du, hast mir gesagt, die früge, die von dir, 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 was ich tunne, was ich tunne, weißt du, weißt du? Und sie, was die wählen, ist ein Antwort. Das Problem ist ein Aber das ist ein antwort. Däu, ja. Entstehs? Antwort ist, sagen wir, was ich tunne, so. Aber das Antwort, was ein Fehler ist, ist die Friedenheit. Wenn auch alle Schröcksteht kam, die hat Friedenheit und dort kennt man von mir ein Wort Gottes. Er wird dort im Kopf klarer machen, mit die Tüte. aber die sagen, was soll ich tun, was soll ich tun? Aber das ist die Antwort für uns die neugierigste Fehler, okay? Und das Antwort, das schämt, wenn wir uns tiefe tun in der Genwürt Gottes. Und wenn Menschen das nicht verstehen, dann ist es vielleicht besser, dass wir das in Gesieke tun, die Stahlkomme für Gott, vielleicht ein paar Kostdurchhörchen, weil wir, ich glaube nicht, alle hier durchgehen, das ist ein bisschen zu lang. Aber dort ist die Genwürt Gottes, ich komme an und sage noch die Genwürt Gottes, dort ist es mir das wichtigste für mich selbst und für die nächste, was konzentriert ist, mit welchen Leber geteilt hat, right? Ja, und dort kriegst du es zu sagen, wenn die Frau ist mir von einer Frau, was soll ich bloß tun? Oder die sagen, ich mache mir von einer Frau, und ich sage, was soll ich eine Frau bloß tun? Oder als eine Frau ist schuldig, dann kann ich auch hier die Anstalling asken, sie feilen sich nur, je ein Hund, die am Morgen, und so weiter. Dann würde ich erst auch gleich, ich würde erst gleich eine kleine Antwort zu sagen, aber ich weiß, dass die Frau kommt von hier, und Gott hat das, das weiß ich. Aber sie würden bloß da an der Richtige Antwort finden, weil sie erst einmal sich looten und Gott seine Jehn wird borden, so zu sagen. Und so, was ich sehr vielmals da dachte, als ich kriege, da mal ein Stützje, Tiet nehmen, eine stelle Tiet mit Gott. Beten, macht dich ganz ruhig, und dann laut Gott durch deine Gedanke, oder durch seine Worte, durch seine Jägenworte, zu dir reden. Und dann sage ich, und dort wird dir eine der Tietfriede entfalten. Dort konnte jemand das Rechte, gerade dort, wo sie erst gedacht hat, das Rechte Ding, wie konnte das Rechte Ding sein, aber das Ding ist, wenn sie eine Entscheidung machen, und ihre schlechte Anstallung, in abgeregten Gedanken, dann wird sie sich immer schlecht, weil sie einen Fehler gemacht haben. Aber wenn sie ein Gott seine Jehn wird sein, dann auf einmal kann Gott auch ein Bord, wo es der nächste Stubb zu nehmen. Und dann bleibt das. Und dann bleibt das. Wenn ich ein Fehler sei, dann hat das bloß, was ich gesagt habe. Aber wenn man von den Bären kämpft, das weiß wie alle. Das hat viel mehr Kraft. Das weiß wie alle. Denn das ist von den Bären, ich komme, nun weiß ich, das ist Bärenlich, das ist mein Stich, das muss ich nun gehen. Und dann kann es sein, Menschen, die wegstehren von dort, weil das kämpft vom Hort, das kämpft vom Gott. Und das ist ganz anders dann bloß der nächste Fehler sei. Ja. Und so, da hat sich alle Schein, die Einwurte Gottes, da hat sich alle, das ist ganz Schmack, und das gefällt mir, und das ist alle Fähne. Aber, wie haben die Bibel gelesen? Und in der Bibel sagt es das, in der Hand. Und so, wo stimmt dort, was die Einwurte Gottes erfordert, das wird die Bibel gesagt. Und die Bibel, da wollen wir noch mehr in den nächsten Videos von der Rede, aber die Bibel, da sind, wir haben, da sind verschiedene Bräuel, was wir anhanden, von wie die Bibel lese. Sie tun, okay. Das sind sie, ihr satzliche Bräuel, das sind die Notfalliebräuel, und, und die Menschen, die sagen, so sei wie abgewassen, wie weit du, weiht du noch später, das, das, wir schoen auch mal, ein Bach. Und, zum Beispiel, wenn wir noch die 5. Mosegone, Kapitel 24, und da sagt es, wenn ein Mann sich mit einem Mäu befriedt, und sie, und er wird schoenhaftig an den Finger, dann soll er einen Entschiedungsbrech geben, und dort in die Hand geben, und er weisschecken. Und wenn sie sich befriedet hat, noch ein anderer Mann, und wenn er weisschecken hat, mit einem Entschiedungsbrech, oder wenn er stirbt hat, dann kann sie nicht trägeln an den ersten Mann, sie kann ihn nicht trägeln annehmen als den Früh. Und dort ist die die erste Belehrung in das Olle Testament, wo er die vertreten hat, von Eheschärung, und war er befrieden. Und er kommt durch die Satz, durch Moseg. Und wir glauben, dass Eheschärung verwendet, dass es ganz overein ist, verwendet, in der Olle-Jüdischen Zeit, und verwendet, dass es ganz overein ist. Und wie das Eheschärung hierher tun, dann sind wir alle in der selbst gelesen. Das meint das. Aber wir verstehen das nicht, dass in der Olle-Jüdischen Zeit, dann hörte die Frühe, so gut ist nichts zu sagen über Eheschärung. Die Männer, die werden das Einzige, was Entschluss können merken, dort zu anfangen. Dort Eheschärung anzufangen. Und wir weten auch nicht, dass ohne einen Mann eine Frau kann leben. Dann hörte sie nichts. Dann wird sie vielleicht dothungere, oder vielleicht in den Hörerinnen angehen, oder so weiter. Wir haben Sie haben keine Beschützung ohne Mann, ohne Umtieb. Und so das ist auch sehr anders, dass wir hier in Kanada in der Staatslebe leben. und so als Mose erlaubt dass die Männer ihre früh in Entschluss breif geben können und weiter schicken, dass wir nicht die Eheschärung und alle reich werden, dass wir die früheste beschützer. Und ich merkte das viel klarer in dem Podcast. Aber die Beschützung ist sehr wichtig, weil die früheste hat nichts. Und mit Entschluss können sich befreien. Das ist klar. Die können sich befreien. Und die zweite Ehe wird gleich sein von Gott als der Erste wird. Und das ist auch klarer zu sein, weil das sagt in 5. Mose 22, Vers 22, dass wenn ein Mann mit anderen Menschen die früh töten, ist ein Ehebruch, wird ein Beid angebracht. Und hier, zwei Kapitels Lothar befriedet die sehr früh und sie nicht angebracht. Sie nicht angebracht. Dass wir eine Beschützung, dass sie wieder können mit Erlevens ohne dass sie hungere oder das wird. So dass wir seien anders in der Zeit. Und der jüdische Rabbi in Jesus in der Zeit schriegt sich noch einmal, wenn ein Mann was schaunhaftig findet, in er, dann kann er er wegschraken. So es gibt zwei Schäule von den Rabbis in Jesus Sien Zeit. Eine Schäule von Rabbi Shammai die seht er nur schaunhaftig schaunhaftig sie antrie wird haben. Das was er meint. Bloß antrie dann kann das was Mose meint. Dann können sie einen Entschädigungsbrei geben und wegschraken. Und bei der anderen Show, Rabbi Hillel, in Jesus in Zeit, schaunhaftig meint, irgendetwas wird ihm nicht gefallen. So dann vielleicht wie sie nicht schmack genug oder vielleicht wie sie hat sie vielleicht mit anderen Mohn angecheckt vielleicht hat er seine Ehe erst morgens verbrannt. Oh ja. Aber wenn er nicht gefallen hat er Freiheit er weiter zu schaunhaftig. Und dort nennt sich irgendeine Ursache Eheschädigung. Irgendeine Ursache Eheschädigung. Und dort wird dann in Jesus seiner Tid. Dort wie Rabbi Hillel seiner Belehrung dort wird dann Mohn. Und Rabbi Schmeid hat seine wir nicht ganz so viel Mohn. Und so in Jesus seiner Tid keine Rede hat nur eine ganz Angebenheit was dort Annahme aus Wort hat irgende Ursache Eheschädigung. Dort wird okay. Und dort wird Jesus jen kommen mit seiner Belehrung. Dort irgende Ursache Eheschädigung. Und so das muss ein Beispiel , da viele Dollar klären in der Podcast. Aber dort ist ein Beispiel warum wir dort abwurten wenn wir Jesus seine Belehrung lese und wie sein an sie lezen was in dieser Tidendach passiert. Und wir verletzen Jesus hier seine Versammlung verstehen, was Moses geschrieben hat. und was Rabbi Hillel klar macht die Menschen und er sagen sie hängt an. Und das ist klar die Hüro wenn Jesus kommt in Matthäus Kapitel 81 sagt Jesus es ist eine vererende Ursache der Mann kann seine Frau wegschrecken. Und das wurde angefangen. wurde hier eine Ursache. und das schämpft von der 5. Mose. Und wenn wir das jetzt verstehen, dann haben wir unsere Feuze auf der Flur, dann sollen wir wieder gehen. Nun sollen wir es besser verstehen. Was macht Jesus? Was verstanden die Menschen, wenn Jesus das sieht? Als ich das lese, dann kann ich nicht wissen, dass ich direkt im Olden Testament sehe, dass man in Mons eine Frühe eine Schärung gibt. Ich habe einen Schärungsbrief gelegt. Dann können sie sich frisch befrieren, und dann können sie sich immer wieder trinken in der ersten Monde. Und so, dort kommt ein Pott davon, worum viele Lieds sind, die er in Ordnung sind, während sie von der ersten Zeit an eine andere Gruppe hören. In was das Neue Testament sagt, in was das Oude Testament sagt. Und wir haben das, was Sie sehen, dass es zwei verschiedene Gruppen sind. Die eine Gruppe sieht in Monson für irgendeine Ursachsine Frühe verleten. Und die andere Seite, das bloß für eine Ursache. So, dass die Herren, die die Leute, die alle sind, sind die Oude dahin, die er in Ordnung war. Ich denke, was wir antworten, wenn wir Jesus in der Beliebung studieren, ist, dass Mose, die beschützte Frühe, wie er das sagt, was er sieht in der 5. Mose. Er beschützte Frühe. Und Jesus, da muss jemand denken, er wird nicht die Beschützung wahrnehmen, er wird das bloß Storchen merken. Denn die Oude in Wahrheit kommt durch Jesus, dass die Zartes kommt durch Mose. Und so, wir weten, dass Jesus Wort nicht beschützt und Storchen merken, und das tut er auch. Wenn wir das an die Oude-Bereil lese, dann wollen wir das alle an. Jesus sieht in der Beliebung, dass er ganz viel Oude, und wenn wir alle die Frühe anschauen, was er behandelt hat, dass er leuchtetisch behandelt, und da hat man sehr viel genutzt, dass es niemals Eier ist. Und so, das ist ein Ding, was mir sehr wichtig ist. Und wenn ich die nächsten Besiegerungen habe, was so eine Ehe-Troppel haben, dann höre ich dort immer am Denken. Jesus hört immer die Schauendung auf, und er weiß immer, wie viel Wert sie hat. Und diese Steine, sagst du, Völker. Ja, ja. Und so, ich frage Menschen, die das besser verstehen wollen, und steht bloß, die Bibelfahrt lese, oder diese Fahrt sagt auch, oder diese Fahrt sagt auch, ich frage mich, weil das ist eine Antwort, weil die Frühe nur eine Antwort. Sag mir, was die Schrift sagt, sag mir, und das ist sehr wichtig, ob uns fehlt eine Antwort. So, meine Frühe sagt, warum hat Jesus den Hort leuchtetisch vorzunehmen. Fangen wir da an, weißt du? Wenn er die Gänsch bei mir sagt, ich schieke dich, was sitzt du auf den Gänsch? Er sagt, ganz unzufried, schieke dich leuchtolig, in die Notfallig an, ich hoffe, dass du die Zähne kaufst. Ja. Aber viele Menschen, und die wird von der Hörge verstanden, viele Menschen kennen das auch nicht seine. Er kommt immer nach, wenn die Einwirkart ist, und es war wichtig, dass wenn wir an Storbenner, tiefer da, oder Bode da, als du sitzt, dann, 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 der andere Antwort in der Hort und der Friede. Und dann, der andere, der Kapp, der Hort hingeraankommen. Der Hort hingeraankommen. Ein von den Frühen, was wir nun besiegt haben, eine junge Mama, hat 13 Jahre, sie hat nicht eine schlechte Zeit, aber sie hat eine Heilungsreise, da ist, ihr uns muss sehr schön besiegt, das fängt an, sie geht zu haben, hat viele schwere Tüden, was das auch gemacht hat. Wir brauchen gar nicht fair zu sein, wir brauchen besiegt, viel Bede, Muttersprek und so weiter. sie weiß uns im Bild. Sie lag im Bad morgens und ihr vierjährige Dochter kruise eine kleine Pap, weißt du, sie kam und sie lag und sie hat ein Kopf gekriegt und sie hat selbst im Bild von dort die und die Dochter taubt. Und die kleine Pap hat sich genießt. Und ich dachte, das ist eine schöne Beide. Ich sage, was ist da fair, das ist ein schmackes Bild. Was ist Sie sagt, sie kam, ich bin mit Doleier und sie hält sich den Nächsten und ich fragte sie, warum hältst du den Nächsten? Sie sagt, Mom, sie sagt, wenn du Odemer daß, da stinkt aber bloß die Rastlich. Aber sie sagt, ich will bei dir bliebe und so ich hält mich bloß den Nächsten und ich blieb bei dir. Und so schwindelst sie dort seht, dann wird mir 14 Gottesbild im Kap 9,50. Krieg so der Gott für uns. Krieg so der Gott. So war alles so dass man stinkt und so und ich weiß, ich will bei dir und ich blieb bei dir. Aber Gott hat sich nicht mit den Nächsten tun. Okay? Er hat sich nicht mit den Nächsten tun. Und so ich weiß, du möchtest und wie möchtest ich möchtest mit meinem Burg hier. Träte Birke verkauft. Lass mir den und und weißt, wir haben alle so Burg. Ich hatte mit Flitisch. Wir haben alle so Burg, Gladys. Wir haben so Burg, wo ich verstehe von früher. Nein, du merkst es auch, weil ich verstehe nichts. Wir haben auch so ein Buch, wo ich alles verstehe von Ehe Schering und Gottes. Und das ist das Buch. Wir wissen alles. Aber die nächste Aufmerksamkeit ist alle blank. Das ist in Spanisch. Schreiber. Und so ich sage, und ich sage nicht bloß mit Ehe Schering, das ist mit anderen Träbeln. We haben alle danken. Wir haben wie weiter es. Ich kann sagen, das ist das. Ich sage, das ist habe mich angemeldet. Aber das Buch ist lade. Und so für ein Teil würde ich sagen, Wir reden hier von Eheschärung, Vater, Befriede und der Unodgottes. So, das wird mein Buch sein. Vielleicht sag ich dir nicht gleich so. Nimm das Buch in der Unodgottes nennen und lass ihm das Buch falsch schreiben. Und das wird das erste Kapitel, das kann ich dir neu sein. Das erste Kapitel, was ich schreibe, was ich schreibe für dich ist, wer hast und wer du bist und wie viel Wirt du hast. So, das war dein Leben ganz, wie viel Wirt du hast. Das wird er schreibe für dich. Und so, wenn wir am Lote ans Buch falsch schreiben, so, wenn wir auch dachte, ich weiß auch alles. Hat er der Mut, das zu sehen, zu leiden? Bring das Buch und sag, Gott, ich dachte, das Buch war ganz voll, aber das war wirklich ganz ladig. Koste mir das ganz voll schreibe. Und dann die Einwodgottes, was er dir auf dem Horttrekken steht, dort wird der Buch, wenn Frau merkt. Ich glaube, wir haben alle ein Sehen gekriegt von dem. Ich habe. Und weil die dort erst bloß wirklich die Worte hat, wenn wir Worte und Gott seine Einwod sagen, er wird uns ans Buch falsch schreiben. Und er wird uns heute voll von seiner Leib machen. So, nächster Weg, weil wir drei kommen. Und dann wollen wir wieder lernen von dem Thema. So, bei nächster Weg. So, nächster Weg. So, nächster Weg. So, wenn wir Ihnen in dieser Videекlsee uns wieder zum Podcast, wie wir in meiner Corona-weils hab. So, nächster Weg. Vielen Dank.